Nach dem Nagelstudio haben wir noch richtig viele coole Videos gemacht und ich habe da Capri-Sonder getrunken und ich weiß, wir denken alle, wer bist du Maus? Wer kennt dich nicht? Ich darf es euch noch nicht zeigen, aber Nona hat mein Make-up gemacht, meine Haare gemacht und mein komplettes Outfit ausgesucht. Ich habe kurz gedacht, ich bin Kylie Jenner geworden. Sie hat mich so unfassbar schön geschminkt und da habe ich kurz meinen inneren Manuel Neuer rausgelassen. Ich bin froh, dass ich nichts kaputt gemacht habe und wir sehen uns wie immer in der Story.